Wir sind heute wieder mal am Gleis 1 auf dem Bahnsteig 1, der ist ja mittlerweile umgebaut. Ist alles wieder zubetoniert bzw. asphaltiert. Auch der Abgang zu einem Quertunnel ist wieder in Betrieb mit neuen Handläufen und Reling. Das ist alles ein bisschen zusammengeschoben worden. Und was man noch sieht sind die neuen Stützen. Die sind bei jedem Querstahlträger hier eingezogen worden, um das Dach zu stabilisieren, wenn der vordere Teil abmontiert wird. Das ist alles ein bisschen zu stabilisieren. Das ist alles ein bisschen zu stabilisieren. Da sind wir noch eine Regenrinne, die die rechte Seite des Daches abfängt und die neuen Verkleidungen den Regenschutz. Man kann das ja auch schon auf der Webcam sehen, dass einige damit ausgestattet wurden. Einige Bahnsteige. Auf dieser Seite sind auch neue Stützen eingezogen worden und auch die Anzeigen. Und die Uhr ist hier neu installiert worden, sodass der Verlegung Richtung Gleis vorfällig nichts mehr im Wege steht. Und das ist hier. Und das ist hier. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.